Musik Das, was immer angepriesen wird, diese gefühlte Sicherheit, dass die halt eigentlich faktisch gar nicht vorhanden ist. Weil, wie wir ja festgestellt haben, zum Beispiel Kriminalität wird nicht verhindert, sie wird nur verschoben halt an andere Orte. Was ich halt so krass fand, war, dass ja alles Private auch von den Schülern auch mit aufgenommen würde, bis hin zum Rumknutschen. Es gibt immer diesen schönen Satz, Journalismus ist das, was jemand anderes nicht will, dass es veröffentlicht wird und alles andere ist PR. Und da hatte ich eigentlich zum ersten Mal so richtig den Eindruck, okay, das ist jetzt echt sowas. Ja, mir geht es dann auch so, ich will es dann auch einfach wissen. Und zwar insofern schon besonders wegen des großen Echos. Das war ein schönes Teamwork. Musik 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 Musik